hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute spielen wir nicht sondern ihr wolltet ja unbedingt den angie bad world server also ich hab's in den kommentaren gelesen dass es einer wollte und jetzt erfülle ich es euch wenn ihr schon mal minecraft runtergeladen hat das ist hier ein zusätzlicher server von mir den ich mit geholt habe über eine spezielle app aber das braucht ihr nicht weil ich euch die ip-adresse gebe ich hoffe ihr seid bis dahin schon angemeldet und könnt auf server spielen auf jeden fall zeige ich euch jetzt die ip-adresse also beim server name kommt ein großes n kleines g für ng dann alles zusammengeschrieben n großes n kleines g großes b kleines e kleines d kleines w kleines a kleines r und kleines s bei der server adresse schreibt ihr alles klein b w punkt n e t h e r g a m e s punkt o r g und beim port gibt ihr ein 1 9 1 3 2 wenn ihr das habt ich lasse es noch mal ein bisschen laufen hier ihr könnt auch auf pause drücken wenn ihr es noch weiter sehen wollt auf jeden fall gehe ich jetzt auf speichern und dann haben wir auch diesen server wenn ich hier drauf klicke server wird gesucht ressourcen werden geladen wird geladen los geht es dann bin ich hier drauf hoffentlich habt ihr euch das alles gut gemerkt wenn nicht guckt es euch gerne zweimal an dreimal an und drückt manchmal auf pause dass ihr alles versteht tschüss tschüss